Tag 1, bereit zu gehen. Gute Wetter, etwas Wind und Sonne, perfekt für Fischung. So, los geht's. Erster Wurf. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht ultra nervös sind. Höchste Konzentration. Das ist ein guter, das ist ein guter. Fisch, guter Barsch, richtig guter Barsch. Oh, was ein Barsch. Richtig geil, Alter. Unglaublich, das ist so gut. Oh nein. Ja. Spide Knuckles, Spide Knuckles, Spide Knuckles. Da ist er, Alter, der ist drauf.